Mama, können wir zum McDonalds? Nein, Leon, wir haben noch Brot zu Hause. Diese scheiß Brille auch immer, ey. Sag mal. Ja, sag mal, geht's noch? Du kannst doch nicht mit der Gabel in der Pfanne rumrühren. Ja, soll ich mal bei dir rumrühren eine Runde? Nimm den Holzschaber. Du machst mir doch die ganze Pfanne jetzt kaputt. Ja, nein, ihr habt mir schon mal die Pfanne kaputt gemacht. Das gibt's jetzt nicht. Nimm jetzt eine Holzschabe oder lass es sein. Ja, ich hab gesagt, wir haben Brot zu Hause, nicht eine Pfanne. Du hast einen an der Pfanne. Also, ihr macht mir alles kaputt hier. Meine Tupperware verschwindet. Ihr habt doch keinen Geldscheiß an der Ecke sitzen. Also, echt jetzt.